Führte dir noch Schaden bei der Autorität Schaden zu. Ihr müsst insgesamt 500 Schaden zufügen. Und zwar das sind die letzten, das ist die letzte Herausforderung in Woche 4, Kapitel 2, Season 3, Woche 4 Herausforderung. In diesem Video zeige ich dir, wie viel Schaden du machen musst. Und äh, jawohl, wie ihr schon gehört habt, den Outro oder Intro im Intro. Also müsst ihr insgesamt 500 Schaden machen. Geht am besten dafür in Gruppenkeile. Bei den Gruppenkeile ist die Zune meistens hier bei der Autorität und dann könnt ihr auch easy, sage ich mal, die Herausforderung fett machen. Und zwar wenn ihr es hier zu meinem Gegner ist, einfach hier antiefen. Das war schon von den Herausforderungen. Lasst gerne ein Abo da unten und die Glocke da. Falls ihr nur da bist, das würde mich sehr, sehr freuen. Und lasst gerne ein Like da. Darüber würde mich auch natürlich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, schreibt gerne auch noch einen Kommentar. Dann würde ich sagen, wenn ich wieder das kleine Abo von einem letzten Herausforderungsvideo.